Und aber herzlich Willkommen zu einem Jungjung Match für Orna hier bei der Catchless. Was geht Leute? Ein bisschen Duell-Aufwärmrunde für die ganzen Matches hier, für die... Oh, mein Game macht nicht so wie es so will. Ah, gut. Oh, der wär gut, bitte? Ah, das geht nicht. Okay. Ah, fuck. Nein. Ah, okay. Ich finde es blöd, dass man bei dem Tritt nicht exekutiert, also dass der Gegner nicht geköpft wird, wenn man den Last Kick gibt mit der Exekution. Ich muss ein bisschen runterkommen. Bisschen nervös hier. Okay, let's go. Oh, okay. Oh, okay. Okay. Soh, okay. Soh, okay. in das feuer mal zwei und drei um die 3 das gut gemacht aber gut Puh. Ah. Ah, war gut. Die haben ich eigentlich geparriert. Ah, der war gut. Oh, der war gut, Alter. Was? Den hätte ich eigentlich nicht blocken müssen. War der Out of Stamina? Das wusste ich nicht. Das weiß ich jetzt nicht, ob der Out of Stamina war. Okay, okay. Oh, der Out of Stamina war. Unter 5. Ich hab ihn nicht verstanden. Ich habe ihn nicht verstanden. In das Feuer, du Made, Alter. Dafür gibt's kein Gut gekämpft. Uiuiui. In das Feuer, Alter. Wollte unbedingt gewinnen. Ich mein, es gab bei mir auch sehr viele Momente, wo ich in Duellen einfach ans Feuer geworfen habe oder so, aber keine Ahnung. Jetzt gerade in diesem Moment, ich weiß nicht. Das schien mir einfach so zwanghaft, ich möchte... Okay, der hätte mich angreifen können, klar, aber... Nicht der Rede wert. So, ich könnte ein Rematch gegen den Boy machen. Temple Garden, ja, ich brauche auf Temple Garden. Machen wir ein Rematch gegen den Boy. Und diesmal nicht mit Zhang Kuang, Zhang Meng. Ich überlege gerade, mit wem wir das machen könnten. Ich habe wieder Bock auf Highlander. Let's go here. Highlander. Oh, Zhang Kuan, Zhang Wan. Wir haben hart prediktet. Er nimmt den Zhang Kuan, Kuan Wan. Ich versuche gerade, ein besseres Design für meine Händler zu haben. Zu designen. Ist aber sehr schwierig. Ich hatte eins, das war eigentlich besser, aber ich wollte einfach eine kleine Veränderung. Ich habe die Muster ein bisschen auf der Brust umgeändert und das Schwert auch verändert. Einfach damit ein bisschen Flexibilität reinkommt. Boah, das stimmt, dieses Schwert, alter. So. Dann war Glas. Dann war Glas. Ach, fuck, Alter. Oh, Junge, Alter! Holy crap, Alter. Das war knapp as fuck, Alter. Ich werde jetzt nicht sofort gehen. Die Aktion beginnen erst, ja, ja, dann mach ich mir mal das, Alter. Ah, ich hab überhaupt den Spinner gemacht, das war ein Fehler von mir. Das war, ich wollte einfach zu sehr auf die Execution gehen, deswegen hab ich diesen Fehler gemacht. Deswegen niemals zu greedy sein, sonst passiert genau so etwas. Let's go here, Alter. Ah, da hat er gut gehört. Eigentlich geparried, Alter. Okay. Was? Da ich die nicht gekriegt hab! Puh, was soll man da machen? Ähm. Hallo! Was soll man da machen, nicht wahr, Leute? Bitte. Boden. Die Scheiße ist, selbst wenn diese Light Energy predicts, dass sie kommen, kann ich sie nicht parieren. Das ist der Grund, warum mich vor Honor abfuckt, in vielen Momenten. Ich mag die Spiele sehr, aber das sind so Dinge, die mich komplett so wuschig denken. Das ist total irrationaler Mist. Deswegen zeige ich jetzt einfach diesen Typen. Ich mache jetzt noch eine dritte Runde, das wird noch meine letzte sein. Noch einmal mit Thailänder, wie es läuft. So. Oh, glätt. Das Logo von dem ist nice, ich mag zwar im Prinzip keine Flaggen von irgendwelchen Ländern. Das ist, äh, uh, da ist aber trotzdem nice design und Lady jetzt auch. Die Farben mag ich, diese Kombination, die sind nice. Hier sind wirklich nice. Okay. 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 �ard. Also das ist die Orangehause. Voll Ah Scheiße, ich dachte, da werelte von oben kommen. Ja, das war nicht von mir gut gekämpft. Ich bin grad viel zu impulsiv, deswegen verkacke ich auch grad So, let's go hier Oh Hallo Runde 3 Oh Ah Junge, alter die Fresse Nicht mehr wahres Potential, der wird noch mehr rausgeholt. Ah, scheiße, Alter. So. So. Diese Klappen matches hier. Runde 5. Setz grad du mein Klaas? Was ist das? Ich war mir jetzt gerade nicht sicher, ob der Heavy wirklich free war, weil ich glaube, der war nicht free, aber der Typ war, glaube ich, einfach nur gestunnt. Ich glaube, der war einfach nur zu geschockt und dachte, okay, der hat mich jetzt. Das war auf jeden Fall ein nicees Comeback. Yo, das war es jetzt mal für mich hier. Und ja, bis dahin und der Casualist. Peace out of this.